Heute wäre um 22 Uhr, alle die es nicht mitbekommen haben, um 22 Uhr wäre das Turnier gestartet heute. Wir machen jeden Freitag 22 Uhr ein Turnier, das ist von Activision eigentlich organisiert. Wir haben vorletzten Freitag zwei Turniere gemacht mit Preisgeld 200.000 Quad-Punkte. Wir haben letzten Freitag zwei Turniere gemacht mit 200.000 Quad-Punkte. Und jetzt haben wir diesen Freitag gewartet, das ist gerade nach 10 Uhr und es ist nicht keiner gekommen. Deswegen versuchen wir jetzt eine eigene Lobby zu machen. Deswegen jeder, der gerade da ist, kommt rein. Wenn wir 50 Leute schaffen, es fehlt nur noch ein einziger. Dann können wir die Lobby starten und ich spendiere das Preisgeld. 2.500 Punkte. Wir kriegen jetzt kein offizielles Turnier von COD, aber wir machen unser eigenes Turnier. Und wir haben 50! Leute, wir haben 50! Und wir können starten! 51 Leute, wir starten! Vielen, vielen, vielen Dank an alle, die reingekommen sind. Vielen, vielen Dank. Auch scheiße, meinen Waffen, ich hab meinen Lowdown nicht gemacht. Ich hab meinen Lowdown nicht gemacht. Ich hält vom Erdbeerfeld. Kann ich mal Lowdown noch machen? Aki ist drin, geil Aki, danke. Grüße gehen raus an TikTok. Mega, 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 mega. Danke an alle, die reingekommen sind. Auch danke an alle, die reingekommen sind, die gar nicht mitspielen wollen. Die reingekommen sind, damit sie die Lobby gestartet kriegen. Mega, mega, cool. Vielen, vielen Dank. Dann faires Spiel, bitte. Was heißt, was ist eigentlich Fairplay in COD? Alles ist erlaubt. Fairplay passt irgendwie nicht zusammen, ne? Ich muss kurz meinen Lowdown fertig machen. Omega, lul, Omega, lul, Omega, lul, Omega, lul, Omega, lul. Schnell, 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 schnell. Da, 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 das passt. Es geht los, 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 Leute, es geht los, es geht los. Ich hoffe, ihr habt die Loadouts. Ich hoffe, ihr habt auch die Loadouts. Dein Loadout war noch beim letzten Mal drin, ne? Ja, meins auch, aber ich habe meins ja verbessert, weißt du? Ich hatte jetzt ein viel besseres Loadout. Oh Mann, was mache ich jetzt gegen den ganzen Stream-Sniper? Oh, Leute. Sagen wir auf Ehre nicht Stream-Snipernd? Auf Ehre nicht Stream-Snipernd? Ich werde so gestream-Snipernd. Ich werde bestimmt so gestream-Snipernd. Es sind ja nur Zuschauer drin gerade. Oh mein Gott. Möchte ich wissen, wie viele jetzt auch da hinfliegen. Oh Leute, ey, könnte ich woanders hinfliegen? Oh, scheiße. Ich dachte, da kommt man rein. Viel Glück, viel Spaß vor allem auch. Okay. Ja, man muss natürlich sagen, äh, dazu, äh, die Kader ist natürlich ein bisschen groß, ne? Für so viele Spieler, ist ja klar, aber die wird schon früh genug kleiner. Wisst ihr, wie ich meine? Also, da mache ich mir jetzt gar nicht mal die Sorgen. Oh, sorry, sorry, wie war das? Killer-Elite, sorry, sorry. Oh, gut gespielt, gut gespielt, gut gespielt. GG's. Ich sag immer, sorry, wenn ich jemanden kille. Ach so, fuck, 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 fuck. Jetzt habe ich das falsche Loadout genommen, Leute. Oh nein, jetzt war ich so von den ganzen Battle Royale-Spielen gewohnt, das erste Loadout zu nehmen, aber wir haben ja hier das zweite, jetzt habe ich das falsche Loadout genommen. Lange Rede, kurzer Sinn, falsches Loadout. Äh, wer teamt, wird disqualifiziert übrigens, ne? Solo-BR. Teamen sind leider vom, äh, vom, vom Preisgeld ausgeschlossen, ist ja klar. Es ist ja ein Verstoß gegen die TOS. Santiago, vielen, vielen Dank dafür. Kiwi! Oh mein Gott, Kiwi! Was geht, was geht? Oh, ich werde verfolgt. Ein feindlicher Trupp jagt dich, bleib wach nach. GG's, Kiwi. Sorry. Sorry. Wer teamt, ist ein Muggel, Dinkelberg. 100%. 100%. 100%. 2-TIN-D travailler. 100%. 50-IEM. 1-Tin. 1-Tin. Robben. GGs. GGs. Aua. da war doch eben einer major gg's was los müssen wir auch abschießen alle shit wieso komme ich so weit ich darf nicht so weit kommen wir sind noch ein drin 23 shit falschen öffnet nicht wenn du gewinnst ja dann geht der preis an den zweiten da sind schüsse gelandet lucky 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 das waren lucky du hast gerade irgendwas gemacht ich hab's gesehen du hast irgendwie bombendrohne oder so was hatten wir glaube ich ne hast eine drohne gehabt das nicht gezündet hast du eine luft gehabt schießt eine drohne raus sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut der rache der rache köln der rache köln hat spaß gemacht so jetzt einen toll 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 die wir hatten die jetzaden weiter schalten angst nein weil wir ein paar kiwi verdient verdient kiwi kiwi die dies jetzt bin ich mal ich bin so gespannt tot er sich noch drin sind heute alle today jetzt heilsit spannend jetzt schon alle let's go let's go let's go let's go ein Männer mag tausend Männer in einer Schlacht besiegen. Äh, doch, der große Kämpfer ist der, der sich selbst besiegt. Hm. Egal, ich bin jetzt ruhig. Ich mach, glaube ich, durch dieses Geräte einen schon, mach ich sie. Wer ist das? Wer ist das? Oh, schön gespielt. Taxi-Driver. Taxi-Driver. GG's, GG's. Eiks. Eiks. Und, oh, da geht sie down, da geht sie down, der war's, der war's. Kampf-Ax. GG's, GG's. Schön gespielt, Kiwi. Holy shit. Kampf-Ax holt sich. Top 12 jetzt. Top 12. Auf jeden Fall sehr lustig. Das ist so geil. Das ist so geil, wenn man das spielt und dann auf Leute trifft, die man kennt. Oder die man schon mal gesehen hat, so, weißt du? Das ist halt, äh, anders episch. Du killst jemanden, du denkst direkt, oh, sorry, Entschuldigung. Sorry. Ach, scheiße, ich hab'n Zuschauer gekillt. Moin, den, Jad, Jadis, küsst dich. Alles gut bei mir, dankeschön. Mist, ich wusste nicht, dass man privat kein Lodi hat. Ja. Oh, oh, Kampf-Ax leidet, Kampf-Ax leidet, Kampf-Ax leidet. Ah, schafft es? Ja, oh, 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 schön gespielt. Holy shit, schön gespielt. Schöne Revenge. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sieben Spieler noch. Oh, das war wirklich schön gespielt gerade. Oh mein Gott. So, er geht da, Kampf-Ax down, Kampf-Ax down. Wiederbelebung. Wiederbelebung geht rein. Sieben Spieler noch. Wiederbelebung geht rein. Sieben, geht durch, geht durch, geht durch. Geht durch, geht durch. Sechs Spieler. Boah, Kampf-Ax echt gut dabei. Ich weiß nicht, wie viel Wiederbelebung er noch hat. Fünf, fünf noch, fünf noch. Fünf noch. Mat, Matrik raus, Matrik raus. Sehe ich gerade? Fünf Spieler noch. Oh, echt, oh, Kampf-Ax. Ey, Leben am Limit hier auf jeden Fall. Holy shit, ey. High Ground wäre jetzt geil, ne? High Ground wäre geil. Überlegt hochzugehen. Fünf Spieler. Boah, ey, ich könnte, ich könnte das nervlich jetzt gar nicht, ich sag ganz ehrlich, wie es ist, ne? Da braucht man jetzt schon Nerven aus Stahl. Hätte ich, glaube ich, jetzt gar nicht. Ich würde durchdrehen, ehrlich. Das musste ja mental... Okay, gut gesehen. Das, das muss... Das muss ja mental... Mental auf die Reihe kriegen, weißt? Das ist ja so ein mentaler Kampf fast schon. Immer noch fünf Spieler. Sind bestimmt alle im Gebäude, oder? Alle oben. Guck doch immer hoch. Bestimmt ist... Also mindestens einer wird auf dem Dach sein. Das ist, glaube ich, 100%, oder? Ich glaube, das können wir 100% sagen. Vielleicht da drüben auch in dem Gebäude. Da oben ist auch 100% einer. Oh mein Gott. Immer noch fünf Leute. Spannend. Spannend. Ja, let's go. Let's go. Können wir die Karte einblenden? Yo. Oh. Oh, 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 oh. Und, und, oh, 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 oh. Hits. Hits. Vier Spiele noch. Wer ist down gegangen? Lieferando ist down. Lieferando ist down. Lieferando down. Lieferando down. Geräusch links. Ich denke, was gehört. Ja, ich bin gebäude, genau. Und, oh. Und, Kampfax, holst du dich? Wen holt er sich denn da? Schade, dass man nicht sieht, wen er sich da geholt hat. Drei Spieler noch. Top drei jetzt. Ist Dinkel noch drin? Ist mir das noch drin jetzt? Dinkel noch drin, oder was? Kampfax? Ich glaube, ich will rechts ein Landen. Nee. Mich verhört, verhört. Ich würde so gerne die Sicht wechseln. Oh mein Gott. Das Gas kommt näher zur neuen Sicherheitszone. Das ist er da an der Ecke. Es vermutet ihn, glaube ich, da an der Ecke, oder? Im Gebäude. Äh, wie macht er das jetzt? Granate rein. Ja, schön gemacht. Nee, ist keiner. Oh, und der Schildträger. Oh, und, und. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie unlucky von dem Schildträger. Wer war das? Top zwei jetzt. Top zwei jetzt. Oh mein Gott, wer war das eben? Dinkel ist raus. Dinkel ist raus. Oh, wie unlucky von dem Schildträger gerade. Und da geht der Kampfraum. Was ist los? Was war, warum? Oh mein Gott. Was war das denn? Ah, das war unglücklich, glaube ich, oder? Da ist irgendwas schiefgegangen mit der Waffe. GGs. Schön gespielt, Kampfaxe. Schön gespielt, GGs. Ehrendrötter geht raus. Herzlichen Glückwunsch dem Sieger des aller, aller, allerersten Battle Royale Community Turniers. Spontane. Spontanes Battle Royale Community Turnier. Holy moly. Herzlichen Glückwunsch. Gucken wir uns die Namen an. Ich will die Namen jetzt noch sehen, weil alles drin war. Krass, 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 krass. Moin, Moin, Matze, grüß dich. Supergeil, supergeil. Du warst Punch. An den Gewinnern, die Kampfaxe, ist er gerade hier? Wer war die Kampfaxe? Misa, Misa ist die Kampfaxe. Heißt, den Glückwunsch dazu, wirklich gut gespielt. Mega krass. Mega krass. So am Limit gewesen. Ich glaube, zweimal warst du down oder einmal warst du down? Einmal warst du down. Und dann noch überrascht worden von einem Schildträger. Und trotzdem durchgezogen. Schön gespielt. Herzlichen Glückwunsch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017